Für das, was er für den FC Bayern München getan hat, nicht nur durch diese alles überragende Saison, die ja noch weiter geht. Wir müssen die letzten Meter ja noch gehen, aber er ist zweifellos der Vater dieses Erfolgs. Er ist der Architekt. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für unseren Cheftrainer, Nils Kupikels. Unser Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Kupike, unser Finanzvorstand, Dankeschön, Sie sind. Wir sagen auch Danke, danke Jungen und vor allem viel Erfolg noch in den nächsten Wochen in London, in Berlin mit dem FC Bayern München. Untertitelung des ZDF, 2020